Ja, wir haben eine Frage reinbekommen, die sich sehr viele stellen. Und zwar, wie sieht das aus mit... oder wir hören es einfach mal an. Ja. Hallo Natter, hallo Chris. Meine Frage lautet, was sagt die Bibel zum Thema Serien schauen und Filme schauen? Danke. Cool, vielen Dank für die Frage. Ja, das ist grundpraktisch, ne? Grundpraktisch und sehr, sehr viele Schauen-Serien. Und ich höre auch, dass das sehr viele irgendwie, ja, dass die ein bisschen schlechtes Gewissen dabei haben. Jetzt mal Hosen runter, was ist bei dir? Ob ich Serien schaue? Ja, ich meine, wie ist das, die Frage, wie betrifft die? Ich habe doch gesagt, du sollst die Frage nicht stellen. Wir wollen doch hier nur belehren, es geht ja nicht um unser Leben. Stimmt, sorry. Ne, also ich schaue mir keine Serien an, das ist nicht mein Problem. Mein Problem wäre ja Fußball schauen. Okay. Ja, ich glaube auch, wir sind, das kam erst so in den letzten Jahren, ne, mit diesem ganzen Streaming und Amazon Prime und so weiter. Aber ich muss eine Sache sagen, einfach so als persönliches Zeugnis. Ich habe letztens Dienst gehabt im Krankenhaus und dann, gerade auch hier für dieses Projekt, da sitzt man ein bisschen am PC und erledigt Sachen auch über YouTube. Kommentare beantworten, Texte schreiben und so und zwischendurch bist du so ein bisschen müde. Und dann kommt irgendwas rechts reingeblendet und du findest das ganz interessant und habe ich zum Beispiel hier irgendwie Stunts von Tom Cruise bei Mission Impossible sowieso, dass er alle selbst macht und am Burj Khalifa hochgeklettert ist und so. Und das fand ich auch relativ krass, er ist auch nicht mehr der Allerjüngste und so. Und dann hatte ich auch kurz Bock, mir diese ganze Mission Impossible Action Reihe anzugucken und habe echt gemerkt, kam jetzt so ein kurzer Punkt, einfach wieder der Entscheidung. Also ich muss sagen, würde mich auch ziemlich, ziemlich reizen. Ich sehe in irgendeiner Form auch eine Serie, nicht ganz genau wie die auf Amazon. Aber ich sage mal so, wir sind, wir merken jedenfalls selber, sind wir davon voll auch betroffen, dass die Lust dazu da ist. Natürlich. Was denkst du jetzt, wie gehen wir damit um? Ja, also. Was ist ein Problem an Serien? Was du dabei spürst, ist, wenn du dir eine Serie angeschaut hast, dass was im Prediger steht, Prediger Vers 7, Kapitel 1, Vers 7 steht, alle Flüsse fließen in das Meer und das Meer wird nicht voll. Und da drunter steht, in Vers 8 steht, dass das Auge des Sehens nicht satt wird. Ja, und das Ohr wird auch nicht voll des Hörens. Aber vor allen Dingen, das Auge wird nichts Sattes sehen. Das heißt, du schaust dir das an und du musst immer wieder, immer, immer wieder schauen. Und ich meine, die sind ja wirklich super gut gemacht. Das ist ja der Trink. Ja, ja. Gut. Warum würde ich dir raten, keine Serien anzuschauen? Auf der einen Seite, ich denke, es ist nicht intellektuell das Hochwertigste. Das sind sehr viele Fantasy-Sachen. Das sind also jetzt nicht wirkliche Dinge, die reell sind. Ja, und die dir dadurch irgendwie Weisheit beibringen. Das sind öfters Sachen, die einfach gefakt sind. Das ist eine Sache. Auf der anderen Seite, wenn du dir anschaust, wie der Teufel an dir arbeitet als Christ, ja. Dann ist das so, wie wenn wir früher, wir sind früher viel im Wald gewesen, ja. Und haben uns irgendwie angeschlichen, ja. Haben irgendwelche Förster verrückt gemacht. Eichhörnchen erschreckt. Das ist alles harmlos, du. So, wir haben uns dann angeschlichen, Andi. Und wenn du jetzt irgendwie ein offenes Feld hattest, da war das super schwierig. Weil über ein offenes Feld hat er dich sofort gesehen. Was du also brauchstest, es waren Hindernisse. Du brauchst irgendwelche Zonen, die dunkel waren, wo du von einem, wenn er gerade nicht schaut, von einem Baum will ich mal zum nächsten oder Gestrüpp oder irgendwie was Schattiges, was Dunkles, wo du halt ein Hindernis hast, wo du dich hinterher verstecken kannst. Und das braucht der Teufel in dir auch. Der Teufel kann nicht in dem Licht arbeiten. Der arbeitet immer in der Dunkelheit. Und diese Dunkelheit, die kannst du kreieren, indem du zulässt, dass Dunkelheit in deinem Leben Raum gewinnt. Und das kannst du halt super gut machen durch Serien. Ja, dadurch, dass du, warum? Weil in einer Serie ist nicht alles Licht. Es ist sehr, sehr viel Dunkelheit dabei. Da ist hier und da eine Szene und so weiter, die du dran siehst. Und du lässt dich drauf ein und denkst dir, hm, das sieht ja gut aus. Oder du siehst Mord und so weiter. Und das sind Gedanken. Der Teufel arbeitet ja sehr, sehr viel über Gedanken. Epheser 6. Und dadurch lässt du einen Gedanken zu. Es wird eine Synapse kreiert in deinem Kopf, in deinem Gehirn, dass du anfängst, diesen Gedankengang zu haben. Und darauf kann der Teufel irgendwann mal zurückgreifen. Das kann ein schönes Mädel sein, was du siehst. Dann siehst du die Pötzchen der Wirklichkeit. Der Teufel hat sehr, sehr große Möglichkeiten, weiß genau, worauf du stehst. Dann siehst du die Pötzchen der Wirklichkeit. Und jetzt kann er darauf zugreifen, auf diese Dunkelheit. Und kann hopp in dein Gehirn reinkommen und kann da arbeiten. Von da aus kann er auf dich attackieren. Also das ist jetzt nicht irgendwie Fantasy. Kannst du Epheser 6, Waffenrüstung und so weiter durchlesen. Da siehst du, dass der Teufel genauso arbeitet über die Gedankenwelt. Und du bist derjenige, aber der entscheidet in deiner Seele, lasse ich das zu? Ja oder nein? Gebe ich dem diesen Raum? Und das heißt, du sagst mir, ja, aber das macht bei mir nichts. Ja, das macht bei dir auch nichts. Du schaust dir eine Serie an, das macht er überhaupt nicht. Der Teufel kommt nur an und baut seine Hindernisse dahin. Und dann geht er wieder weg. Dann sagt er, ciao. Das ist zur richtigen Zeit. Mache ich mal die Schublade auf und dann knallt es. Aber deswegen, was ist der Umkehrschluss? Der Umkehrschluss ist eigentlich... Vielleicht ein Bild, was mir noch zuerst einfällt, weil du das sagst. Der Hilf hat mir oft geholfen. Wenn man sich vorstellt, dass es wirklich auch so Serien sind, wie so ein Angelhaken Satans. Der Teufel sitzt irgendwo. Wir sind jetzt hier in einem Raum. Wir sehen den Teufel überhaupt nicht. Der sitzt, aber der Raum, die Decke hat halt Löcher. Und der Teufel sitzt in einem anderen Raum. Der will gar nicht von uns gesehen werden. Aber der hängt halt so eine Angel drüber. Und da hängt einfach nur so ein Köder dran. Und der weiß genau, er muss mich locken. Und wenn ich weit genug hingehe und zubeiße, dann hat er mich. Und dann kann er mich rausziehen für seine Ziele. Und das habe ich mir versucht, bei viel mehr Versuchungen. Weil das kann ja auch für dich so eine Versuchung sein. Du merkst, soll ich das so machen? Aber du hast einfach Bock drauf. Dass du dir einfach bewusst machst, wo führt es am Ende hin? Und da ist es einfach doch so, dass diese Serien uns wie so ein Strudel in eine Richtung ziehen. Warum Strudel? Weil das echt so geschickt gemacht ist, dass du immer wieder weiterguckst. Und dass du wie so ein Stück, wenn du auch jünger bist, du bist so wie so ein Stück weiches Wachs. Und je jünger du bist, desto weicher bist du. Und da kann man einfach seinen Stempel reindrücken und diesem Wachs eine Prägung verleihen. Und je jünger du bist, desto mehr Prägung kriegst du durch so externe Sachen. Und das ist insofern so gefährlich, weil durch diese ganze Serie, da ist halt auch eine Serie an Sünden übrigens meistens drin. Über die ganze Sache. Und dieser Strudel, der führt dazu, dass du immer mehr geprägt wirst von dem Denken der Welt. Und das ist letztlich, was der Teufel in dir etablieren will. Das ist wie der Lot, der halt einfach einmal so diesen Schritt gemacht hat Richtung Sodom. Und er hat gar nicht mehr gemerkt, dass er irgendwie erstmal auf einem Zelt davor Sodom gehockt hat. Dann irgendwie in Sodom gewohnt hat. Und als dritten Schritt hat er dann sogar in der Stadtverwaltung mitgehockt. Ja, das hat der gar nicht so realisiert. Aber er hat einfach den Anfang gesagt, hey, ich lasse mich mal auf diesen Strudel Sodom ein. Und dann plötzlich bist du drin. Und mir hilft am meisten bei sowas, also was der Herr wirklich auch sagt, wenn dein Auge dich ärgert, reiß es aus. Sei mal ziemlich radikal. Und wenn du dann einfach gar nicht die erste Folge guckst, dann hast du nicht zehn Schwierigkeiten zwischen Folge 1 und 10 immer zu entscheiden, wann soll ich jetzt aufhören. Und trefft einfach mal auch eine Entscheidung im Freundeskreis, dass ihr einfach sagt, hey, lass uns mal nicht immer ermuntern, über diese Serien zu sprechen. Das ist beim Fußballspielen auch so, ja. Es ist schon, wenn du jetzt davon loskommen willst, zum Beispiel, was dir helfen kann, ist vielleicht einfach mal die Tabelle oder so dir anzuschauen, vielleicht mal den Text anzuschauen, was passiert ist. Aber nicht mehr halt immer die Zusammenfassung anzuschauen oder das ganze Spiel dir anzuschauen und ein bisschen rückwärts zu gehen. Da kannst du aber auch deinem Freundeskreis einfach sagen, hey, lass mal aufhören, darüber zu labern. Wir schauen das ja schon, würde ich mal sagen, für uns persönlich oder so, aber uns nicht noch gegenseitig ermutigen, darüber zu reden. Und eine andere Sache ist, man kann genau das Gegenteil eigentlich machen. Anstatt sich, jetzt wenn wir bei dem Bild nehmen, mit diesem Feld, was wir da haben, da Hindernisse einzubauen, wo der Teufel sich verkriechen kann, kann man auch Platz geben, Raum geben dem Heiligen Geist. Wie wirkt der Heilige Geist auch wieder über unsere Gedanken, nämlich, wie sehen wir das in der Schöpfung? Da ist der Heilige Geist und dann was noch? Das Wort, der spricht, es werde Licht. Immer, die beiden Dinge kommen immer zusammen, das Geist und Wasser, Wasser und Wild vom Wort. Das heißt, der Heilige Geist braucht das Wort, um agieren zu können. Und deswegen sagt Kolosser 3 zum Beispiel, lass das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Wenn du dich mit der Bibel beschäftigst, wenn du das Wort des Herrn aufsaugst, das wirklich jeden Tag ist, dann hat der Heilige Geist unheimlich viel Platz, da zu agieren. Dann bist du in einer Situation, plötzlich merkst du, ach nee, das würde Gott vielleicht so und so sehen. Dann bist du in einer anderen Situation, dann musst du ermuntern, zack, kann er dich gebrauchen und so weiter. Also genau das Gegenteil von dem, wie die dämonische Welt arbeitet. Und unserer Erfahrung nach braucht das, am Startpunkt braucht das einfach eine klare Entscheidung. Und das ist, glaube ich, auch, warum die Bibel so viel Wert legt auf Herz. Herz ist ja nicht Geist, Seele, Körper, das ist irgendwie noch was da drüber. Das ist wirklich so eine innere Zentrale, in der du sagst A oder B. Und das nimmt Gott dir nicht ab, zu sagen A oder B. Aber um dich zu ermutigen, will ich vielleicht zum Abschluss mal einen Vers vorlesen, der eine super, super Zusage ist von Gott. Jesaja 33, Vers 15. Da sagt Gott uns, wer in Gerechtigkeit wandelt und Aufrichtigkeit redet, wer den Gewinn der Bedrückung verschmäht, wer seine Hände schüttelt, um keine Bestechung anzunehmen, jetzt Achtung, wer sein Ohr verstopft, um nicht von Bluttaten zu hören, das ist schon eine Kategorie, die sehr gut darauf, also ganz ohne Bluttat ist schon mal langweilig, also in der Film. Und jetzt geht es noch weiter. Und seine Augen verschließt, um Böses nicht zu sehen. Aus Gottes Sicht Böse. Da trifft halt alles Mögliche zu in diesem Film. Jetzt kommt die Zusage, der wird auf Höhen wohnen, Felsenfestungen sind seine Burg, sein Brot wird ihm dagereicht, sein Wasser versiegt nie. Deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit, sehen werden sie ein weithin offenes Land. Schönes, ja, da ist das Bild mit dem, nicht das Versteck, ein weithin offenes Land. Weißt du, ich möchte dich mal ermutigen, dass du auch mal so Zusagen von Gott ernst nimmst und den Fuß drauf stellst und auch Gott sagst, Ja, du hast mir versprochen, wenn ich Nein sage dazu, dann werde ich ein besonders schönes Erlebnis machen. Und dann ist deine Verantwortung, Nein zu sagen und Gottes Verantwortung sozusagen ist, ich zeige dir jetzt den König. Ich zeige dir die Schönheit. Ich gebe dir ein Wasser, was nie versiegt und was deinen wahren Durst nach Vergnügen übrigens so stillt wie nichts anderes. Wunderbar, ja, lass einfach den Fuß mal drauf stellen, kannst du ja jetzt vielleicht gerade direkt einfach vielleicht beten, dass der Handy hilft jetzt diese Entscheidung zu treffen und ja, dann tu das und schreib uns vielleicht, wenn du irgendwas Schönes erlebt hast auch mit dem Herrn oder schreib uns das nicht. Alles, alles Gute, Gott reichen Segen. Ja, ciao. Ciao.